herzlich willkommen zu einem video ich bin noch mega verpennt aber jetzt geht es los nach helsinki ich werde mich jetzt anziehen duschen und so war ich schon und dann geht es los wir treffen am flughafen dann in silas die ente und dann treffen wir dann in helsinki dann die anderen youtuber da wird auch ein mega cool mega erlebnis ich freue mich auf jeden fall mega und jetzt nehme ich euch mit zum flughafen und dann mit nach helsinki bis gleich die ente sind jetzt hier am frühstücken warten auf den flug und dann geht es ab nach helsinki gleich jetzt ab hier mit flieger das grüne flugzeug sieht auch gut aus jeden fall dann geht es auf nach helsinki würde ich sagen hier beim check in gibt es jetzt hier noch ein anleitungs video top handy nicht verstecken und so jetzt geht es gleich los hier wo ich gerade erst mal gefilzt mein rucksack ist wirklich komplett leer aber ich habe einfach ein cutter besser bei ja von der arbeit terror ist ja auf jeden fall und ja frau sagt nur so war richtig lang das kattermesser also ja gut weggeschmissen das arme kattermesser traurig ich habe ja zu not jetzt angekommen hier warten wir auf unser gepäck und dann geht es weiter wir werden gleich abgeholt von dem jungen herrn der vor uns her läuft ja auch das erste ich bin jetzt zum hotel angekommen habe gerade auch die anderen schon getroffen hier hier ich bin natürlich business class natürlich ach so ne ja für mich ein bisschen komisch dass business class ist aber ist ja auch egal geht das jetzt hier also ist ein fall drauf sollte den fall benutzen na doch rausziehen wo hast du schwer die tür alter direkt manche hier und das ist das zimmer die muss meine tasche auch loswerden und stolper hier noch komplett piste ich so war was ein riesenbett ohne katze da wird sich ja einiger was für ein fernseher wird sich ja einiger darüber freuen oh cool schokolade was war ich mir für eine aussicht fenster kann man glaube ich nicht aufmachen also die gegend ist eigentlich richtig gut das sieht jetzt hier richtig schäppig aus aber die gegend war eigentlich ganz geil vor allem der fahrer der uns hingefahren hat ja der war ja mal next level nobel würde ich sagen noch mehr kaffee genauso wie da hinten diese kaffeemaschine hier äh minibar wenn ich da aufkriege wahrscheinlich schlüssel drin ne ah ja genau Cola? nein also konkurrenzprodukt also ehrlich und ein big fernseher was immer mehr und hier ist die toilette mit badezimmer das licht geht hier nicht im badezimmer ich habe den schalter gesucht aber es geht nicht ich habe jetzt den service angerufen ich bin gespannt wann die kommen und was sie sagen so ich habe die jetzt angerufen die will mich jetzt nochmal zurückrufen das wird jetzt ganz spannend die will das jetzt checken und ich weiß jetzt mal immer auf dem anruf ich lasse euch dann mal mithören das ist mir gerade mega peinlich kam gerade vorbei das ist meine äh hat gesagt ich muss einfach nur die keykarte äh da reinstecken steht auch ganz fest dran und dann geht das licht ist das nicht unfassbar jetzt sollte es auch gehen ne boah magie magie so wir sind jetzt da hier im hotel hier mit allen leuten hier aus der nighthawk da fehlt noch ähm ich packe mir jetzt mal jeden und fragen die mal ob sie das sagen wollen warte möchtest du was sagen ich genieße ich genieße ich genieße ich genieße ich genieße ok ein genießer hast du ein Hotelzimmer gezeigt? ja hab ich sicher ich bin immer den genießer ja Demi möchtest du auch was sagen? ist hier ist kein Streames Video Hi No, uh es ist nur ein Video für meinen YouTube Kanal Hi Hi Hi, das ist Stevie und das ist Rob Ja, das ist richtig Rikki Rikki, willst du etwas sagen? es ist nur ein Video für meinen YouTube Kanal Hallo mein Name ist Rikki aka Redknight und he ist short everybody ist so short ich meine wirklich tiny look at das stand up oh mein Gott look at the size difference he ist wie mein son he ist half my age he ist half my age really half my age my son so we just need to sitz and i am higher ah hallo super sight do you want to say something? hallo hallo everyone it's super sight i do hany videos and an awesome German YouTuber Syndromer be right here be sure to subscribe to him if you're just a viewer subscribe as well hallo Stefan noch Stefan, willst du was sagen? äh äh das ist ein Video ich schneide das nur zusammen hallo hallo äh das ist ja äh mit Clash of Clans Community Manager genau und noch ein bisschen Heyday mit Demi äh äh ja falls du was sagen sollte mein Gott ganz schlecht auf Kamera ähm deswegen bist du auch Community Manager ja genau hallo Frau Gizmo do you want to say something? sure I am Gizmo Spike on YouTube I also make Heyday-Videos nice thanks so Leute der erste Tag ist rum hier äh äh in Helsinki auf jeden Fall mega geil jetzt haben wir mal alle gesehen macht auf jeden Fall mega Bock Francesco ist jetzt gerade noch mal am Ende gekommen der hatte irgendwie ein Sportstag nachdem Ricky da mit dem Kopf die Lampe zerbängt hat wie so ein ähm ähm Metalhead sah auf jeden Fall lustig aus aber ja im ersten Moment tut das natürlich einem leid aber also nachhinein war es lustig ja dann geht's morgen in Helsinki Hauptquartier ähm wir gucken uns die Büros an haben Meeting und so Zeugs freu mich mega drauf und ich hoffe ihr freut euch auf die Bilder die jetzt kommen werden bleibt dran auf jeden Fall mega geil und ja sehen wir uns morgen tschaui